Bitte, du kannst ihn Hermann doch nicht umbringen lassen. Es besteht überhaupt kein Zweifel, er wollte flehen. Aber was bedeutet das schon noch? Es ist ja eh alles vorbei. Denk doch an meine arme Schwester. Sie ist vom Hermann schwanger. Er hat mit Himmler kollaboriert, er ist ein Verräter. Mit Verrätern gibt es kein Mitleid. Mit Verrätern gibt es keine Barmung. Er wird von Standgericht gestellt, unterschossen. Aber wem nutzt das denn jetzt noch? Es ist mein Wille! Du bist der Führer. Hey, 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 hey Untertitelung des ZDF, 2020